So, Herr Meier, jetzt haben Sie die Schwimmschule hinter sich gebracht. Jetzt noch einmal schnell die Strümpfe an und die Schuhe an. So, dann geht es auch ein bisschen fett weit. Warten Sie mal einen Moment. Ja? Ja, ich bin... Ja? Ah, okay. Ja, ich komme sofort. Ja, bis... So, Herr Meier, jetzt geht es noch einmal die Schuhe an und dann geht es auch direkt weit. Was ist denn los, Herr Meier? Sie hätten aber auch vorher sagen können, dass wir die Kompestionsstrümpfe vergessen haben. Ja, die sind immer ganz eng, ne? Ja. 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 Ja.